Ich bring ihn um, diesen blöden Teiler. Naja, vielleicht bringt's ja jetzt, wenn ich irgendwas mach. Ja, jetzt füllt sich da Wasser rein, ist klar, damit das Scheißding schwerer wird. Läuft das jetzt immer noch? Ich hör's nämlich nur ganz schlecht. Wasser! Edel, ey. Das kann ich nicht. Aber nicht verstehen, oder? Also eben wollte er es nicht einbinden, jetzt mach das. Okay. Weiß Gott warum. Ich... Keine Ahnung, ey. Ja, epic. Stimmt, das waren Holztüren. Die hätte man ja nicht aus eigener Kraft. Bravo, Holmes! Yippie, Watson. Tolles Rätsel. Oh Gott. Dunkel. Dunkel war's, der Mond schien Helle. Mit Nutzen wäre ganz nett. Oh Gott. Watson, wir müssen diesen Ort sorgfältig untersuchen und jeden Stein umdrehen. Wir haben nur wenig Zeit. Äh. Nichts für Irrungut, aber ich hab grad... Weeeeee, Watson. Ich brauche irgendwas, womit ich Licht haben kann. Die wollen doch nicht von mir, dass ich in die Dunkelheit gehe. Blut. Ehrlich? Geil. Trinkst doch, du Vampir. Alter, jetzt mal im Ernst. Ich will dieses scheiß... Licht nehmen. Benutz das mal, du... Keiner! Ich seh doch gar nix. Wir benutzen mal diese Scheiße. Ich fahr mal jede Taste ausprobieren. Nein. Nein. Ich will nicht in die Dunkelheit. schlief. Ja, genau, weil das so logisch ist. Oh, ich... Ich... Ich komm hier gar nicht weiter. Ich seh nix. Ich hab keine Streichhölzer mehr. Ja, ist klar, Eisenstange und so weiter. Kisten, Kistenausweis, Boden... Oh, Nadel. Haben wir doch alles schon. Mein Gott. Unten ist es dunkel. Echt? Hä? Bei ihrem Abstehen in die Gänge unterhalb des Lagers brauchen sie eine Lichtquelle. Stellen sie die Sturmlampe auf den Sockel in der Mitte. Unter unterschieden Kammer. Welche? Guter Gott! Holmes! Wo sind wir? Leise, Watson. Dieser Ort scheint lebendig zu sein. Und wachsam. Muddern. Ich hab Angst. Ich seh... Hä? Wach, 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 what the... Wieso? Watson? Bitte komm mit mir, ich hab Angst. Gott. Oh Gott, ernsthaft. Ich hasse Dunkelheiten. Boah. Sowas in Dead Space und ich wäre beim Abrasten ohne Ende gewesen, glaubt's mir. Okay. Scheiße, Mann. Ach du... Oh Gott. Ich brauche etwas. What the fuck? Hä? Ja, ist ja schön und gut. Moment. Hier. Ist irgendwie... Kann man das drehen? Jetzt sehen sie anders aus. Ja, leck mich. What the... Hier. Äh? Hä? Oh Gott. Also ganz ehrlich, wenn sie sowas schon machen, sollten sie mal ein bisschen besser erklären, was man eigentlich machen soll. Moment. Ja, was soll ich denn hier mit Mupen? Ach so. Nee, oder? Was mich gerade total irritiert, ist Watson, ja. Nein! Nein! Warum ist das Bild da unten anders? Ach so, das ist das andere. Ah. Was mich komisch irgendwie total irritiert, ist meine Lampe. Warum hat die so ein komisches Zeichen? Ich soll jetzt die Dinger... Nee, ich denke mal, dass man... Ja, das sind aber sechs Zeichen hier. Äh. Das ist echt klug, wie, boah. Muss mir vervollständigen, ist mir auch klar. Beziehungsweise, dass man da irgendwas mit machen muss. Was ich nicht kapiere, wenn man die Zeichen einfach nur drücken muss. Das ist doch bescheuert, das ist doch total komisch. Dieses Spiel regt mich jetzt schon auf, ey. Also manches Mal ist das echt ein bisschen dämlich. Ja, hatten wir die Schlummel, Sorge aus 12, wunderbar, das hatten wir auch. Das hat schon wieder was Fertiges anvisiert. Was ich mir jetzt nur vorstellen könnte... Diese blöden Zeichen sind die, die wir dokumentiert haben, das ist mir auch klar. Was ich nicht verstehe, was soll ich denn jetzt damit machen? Da, das hat einigermaßen die Form, die ich brauche. Und was soll ich jetzt damit machen? Nein, dann... Ich glaube, du hast selber keine Ahnung, worum es geht, oder? Hier. Oder nicht. Fehlt aber noch was. Ist nur ein komisches Bügel da. Warum ist das immer woanders? Ich verstehe einfach nicht, was die wollen. Also das muss man echt sagen. Ich weiß nicht, also das hat Baffo mit's Fluch allen anderen Spiel voraus. George sagt immer mal hier, wir haben... Ich könnte ja das und das mal versuchen. Aber das, das ist immer so ein Hickhack, ey. Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Kommen die mir in den Schatten ihrer Sturmblern? Keine Symbole ausgedrückt. Wir haben an den Schiff gesagt, wundervoll verglichen. Die Symbole... Ich kapiere es immer noch nicht. Nicht mal mit der Lösung kapiere ich's. Schwachsinnig. Das da ist das. Das da, das da, das weiß ich nicht. Ich verkau... Stupid, stupid, so much, stupid. Mann, mach doch mal diese blöde Lampe weg. Was ist das überhaupt? Weg da, Watson. Weg da, Watson. Wieso sind jetzt eigentlich alle? Vier Zeichen müssen theoretisch rein. Lächerlich, ey. Es sind ja nur zwei, die es nicht müssen. Dieses Zeichen sehe ich nirgends. Dieses sehe ich nirgends. Das sehe ich nirgends. Und das sehe ich auch nicht. Und ich weiß, man muss es eigentlich damit ableuchten. Aber was für ein Blödsinn, ey. Das da unten, oder auch nicht. Das da, das da auf jeden Fall. Ups, nein, rein, du Idiot. Ich will's erstmal alle wieder rausholen. Nein, Russ. Penner. Das da könnte ja... Das da... Nein, das da ist es nicht. Watson, du stehst gerne im Weg, oder? Komm mal bitte her. So, sag. Du kannst eh nix. Was ist denn hier drin? Ja. Das kann allerdings... So, also die beiden rechten... Äh, linken bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Was fehlt denn jetzt noch? Das da ist auch drin. Das da hatten wir... Das hatten wir, glaube ich, das hatten wir... Ne, Moment, oder? Hey. Ne, das ist es nicht. Moment, wir hatten das, wir hatten das. Und wir hatten das. Also fehlt ja hier auch nur dieses Krüppelchen hier. Ich denke mal, das hier. Ja, und du? Ach, Gott im Himmel. Das da. Das, was oben ist... Das da. Wenn man in eine Kurve reinhaut, das ist das, genau. Das da kann nur das hier sein. Das da ist... Wohl... Könnte natürlich auch das sein und nicht. Das da raus... Auch nicht. Dieses Spiel regt mich auf... Ich mach mal einen Schnitt.